Ho, ho, ho! Wir sind heute an einem Hochgeheimort in den Freiburger Stadtwäldern unterwegs. Ich habe ganz viel für euch mitgebracht und wenn ihr wissen wollt, wo ich das alles verstecke, dann bleibt dran. Viel Spaß! So, zuallererst habe ich für euch ein paar warme Säckchen für die kalten Füßchen in der Winterzeit. So, hier scheint es perfekt für das nächste Geschenk zu sein. Ein Santa Cruz T-Shirt. Ja, hier. Und zu guter Letzt ist hier das perfekte Plätzchen für das Pivot-Shirt. Nun habe ich alle Geschenke versteckt. Viel Spaß euch beim Suchen, aber denkt dran, jeder nur einen. Dankeschön! Ciao! 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 Untertitelung des ZDF, 2020